Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte. Die gute Nachricht ist wunderschönes Wetter. Die schlechte Nachricht ist, bitte bleibt drinnen, damit ihr euch nicht ansteckt. Ich gebe aber nochmal eine gute Nachricht obendrauf und zwar dieses Video hier, ein bisschen Kurzweile. Wenn du dich für Aktien interessierst, dann mag dich auch das Video interessieren. Hier geht es jetzt um den Börsencrash, natürlich das alles bestimmende Thema und die Frage Börsencrash 2 der Halbzeit. Bist du bereit? Auch mal mit einem Fragezeichen hinten dran. Das heißt, wir schauen uns das jetzt mal an. Alles entscheidende Frage ist, haben wir den Tiefpunkt schon gesehen oder geht es noch weiter runter? Das ist verbunden mit der Frage, ist die ganze wirtschaftliche Verschlechterung, die wir jetzt sehen, schon eingepreist oder nicht eingepreist. Das ist schwer zu beantworten, weil erstens Mr. Market ist schwer zu greifen. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist, selbst wenn wir wüssten, wie er denkt, wissen wir nicht, wie er am nächsten Tag denkt. Das wird man dann auch gleich sehen, wenn wir mal das Chartbild des Rassel 3000, habe ich mal genommen, hat einen S&P 500, ein bisschen analysieren. Das heißt, wir tun jetzt mal den aktuellen Börsencrash in zwei Scheiben schneiden, beziehungsweise in Phasen unterteilen. Wir sehen das jetzt ein bisschen ähnlich wie ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel hat zwei Halbzeiten und dazwischen gibt es eine Halbzeitpause. Wir sind momentan jetzt möglicherweise am Ende der ersten Halbzeitpause und die zweite Halbzeit steht kurz bevor. Und das ist natürlich die Frage natürlich am Ende, wie geht das Spiel aus? Beziehungsweise wie das Spiel ausgeht, das wissen wir. Wir werden gewinnen, denn wir sind langfristig investiert. Das heißt, dir könnte im Prinzip, wenn du jetzt wirklich auf Jahre, Jahrzehnte hinaus investierst, könnte dir das, was jetzt hier passiert, komplett egal sein. Aber ich glaube, es ist dir nicht egal, sonst würdest du nicht dieses Video schauen. Und ja, wir sind ja oft so ein bisschen Zwitterwesen als Aktionäre. Wir wissen, dass es langfristig investiert, ums langfristige Investieren geht. Wir wissen, dass wir einen absoluten Tiefpunkt sowieso nie trifft, aber wir denken dann immer noch, ich jedenfalls, vielleicht kann man ja noch ein bisschen was rausholen. Ich werde jetzt dann auch gleich am Anfang meine Depot-Performance zeigen dieses Jahr. Gut, also mein Name ist Thorsten Tiet, sei doch dahergesagt, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Den wirst du heute nicht in Aktion sehen, weil wir bewegen uns heute ein bisschen schwebend auf der Meta-Ebene. Aber wir werden im besten Fall ein bisschen was lernen, um den Mr. Market etwas besser einschätzen zu können. Und im schlechtesten Fall hast du dich gut unterhalten, anstatt rauszugehen und bist weiterhin gesund geblieben, hast dich nicht angesteckt. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir fangen an. Ich hatte schon versprochen, meine Performance, und die schiebe ich jetzt gleich mal ins Bild. Das ist die hier. Und zwar, das hier ist mein Depot, dieses Consolidated, also diese blaue Linie. Und du siehst es jetzt für mich nicht allzu dramatisch, knapp 8% jetzt auf dieses Jahr gesehen verloren. Nach einem Jahr, das ja sehr gut gelaufen ist, mit 32, 33, 34% irgendwo im Plus-Rendite. Also wenig dramatisch, die Märkte haben sich ja hier auch erholt. Das siehst du ja auch anhand der Vergleichsbenchmarks hier, die jetzt irgendwo zwischen 20 und 23, 24% vielleicht irgendwo jetzt abgegeben haben. Das sieht so aus. Und warum mein Depot jetzt besser abschneidet, habe ich schon im vorigen Video gesagt gehabt. Das ist genau das gleiche wie wir hier mit dem Stadterdepot. Das ist jetzt mit 11,5% knapp in den Miesen. Mit Gebühren eingerechnet, sonst wäre es auch weniger als 10% in den Miesen. Das haben wir ja erst angefangen zu starten im Juni, Juli über Sparpläne. Wir haben halt einfach keine Zyklika drin, die es exorbitant erwischt hat, also viel stärker als die anderen Aktien. Das ist im Prinzip auf einen Satz zusammengedampft der Grund für die Outperformance jetzt, wo es runtergeht. Interessanter für uns wird jetzt aber sein, die Marktanalyse. Und zwar haben wir hier den Rassel 3000 vor uns. Das sind die 3000 größten börsennotierten Unternehmen. Das ist also noch repräsentativer, wenn man so will, wie der S&P 500. Allerdings gibt sich das nicht viel. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied im Chartverlauf zum S&P 500. Ich wollte einfach mal was anderes zeigen. Ich habe deshalb auch hier das Chartprogramm von meinen Freunden von Investing.com genommen und nicht von Tradingview.com, weil das hier weniger mit Werbung durchseucht ist. Ja, und hier siehst du jetzt halt die Krise in Anführungszeichen, den Börsencrash. Du siehst hier die erste Halbzeit erstmal, wie es runtergeht. 36 Prozent, Pi mal Daumen. Es ist nach unten geknallt, doch in einem sehr kurzen Zeitraum von in etwa vier Wochen. Das ist sehr kurz, sehr heftig. Und das ist schon quasi die Message, dass Mr. Market es nicht hat kommen sehen. Das heißt, selbst wenn wir Mr. Market gekannt hätten hier, wie seine Stimmung so ist, hätte uns das nichts gebracht erstmal, um das Kommende zu erkennen. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Und man nennt das ja jetzt auch den schwarzen Schwan. Das ist in aller Munde, wird durch die Gegend gereicht. Das ist jetzt erstmal nicht das, worum es hier schwerpunktmäßig gehen soll in dem Video. Das sind einfach hier die Folgen des Shutdowns, die Folgen der politischen Entscheidungsträger, die sich dazu im Großen und Ganzen in den meisten Nationen zu entschlossen haben, die Durchseuchung auszubremsen des Coronavirus, indem wir einen Shutdown machen, indem wir hier Social Distancing und so weiter betreiben und als Nebenwirkung quasi die Wirtschaft drosseln oder abwürgen, der sogenannte Shutdown. Was ich ganz interessant finde, jetzt ist ein kleinerer Betrachtungszeitpunkt, nämlich den hier, als es wieder nach oben ging und das war die letzte Woche, die letzte Börsenwoche, die beste Börsenwoche angeblich seit 1938. Und jetzt stellt man sich dann die Frage, mit so einem Buchstabensalat, wird es ein V, wird es ein L, wird es ein U? Also mit anderen Worten, wie wird jetzt der kommende Chartverlauf sein? Wie kommen wir aus diesem Tal hier wieder raus? Und ich sage eins vorweg, 100% weiß ich es auch nicht. Wir können aber gucken hier, was der Mr. Market so gedacht hat, weil die zentrale Frage ist ja eigentlich, wenn man sich zurechtstellt, also war es das jetzt, sprich in Börsenlatein übersetzt, ist jetzt alles eingepreist? War hier unten alles eingepreist? War hier unten sogar schon zu viel eingepreist, sodass wir jetzt berechtigt wieder nach oben gehen? Oder ist es hier einfach nur eine Gegenreaktion und hier ist noch nicht alles eingepreist und es geht noch weiter runter? Das sind so im Prinzip die wesentlichen Fragen. Und interessant finde ich, auch wenn es nicht 100% uns hilft für die Zukunft, wie Mr. Market jetzt denkt, weil Mr. Market sich selbst ja auch irren kann, ich habe es ja gerade vorhin gezeigt, Stichwort schwarzer Schwan, ist es trotzdem gut zu wissen, wie Mr. Market so tickt, um ihn einfach besser einschätzen zu können. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du dann kurz- und mittelfristig gesehen richtig liegst. Und nochmal, um das Ganze in den richtigen Kontext zu stellen, wenn du ein Investor bist, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, kannst dir eigentlich furzpieps egal sein. Du hast deine Aktiensparpläne oder ETF-Sparpläne und lässt dir einfach weiter laufen und lachst darüber, dass die Leute hier sich nervös machen. Aber es gibt auch Leute, die es interessiert. Mich interessiert es auch. Und deshalb mache ich das Ganze hier. Und ein bisschen was zu lernen ist ja nicht schlecht, solange man hier keine Panik schiebt. Und okay, ich habe mal so ein paar Events hier aufgeschrieben, die hier so passiert sind und die aus meiner Sicht wesentlich gewesen sind. Und dann können wir mal gucken, wie der da macht drauf reagiert hat. Und dann sieht man, dass einige Dinge schon eingepreist gewesen sind und andere vielleicht noch nicht. Und dann kriegt man ein bisschen den Eindruck, ja gut, wie Mr. Market tickt. Und wie es weitergehen könnte, fangen wir mal mit dem Ganzen an. Wir haben hier den 22. März oder wir haben hier den 23. März und dann auf den 24. März hat dann die Erholung eingesetzt. Das war hier ein Montag. Und dann ab dem Dienstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ging es hoch und Freitag hatten wir wieder so eine leichte Konsolidierungsphase. Und was ist, ist irgendwas passiert zwischen dem Montag und dem Dienstag? Und die Antwort ist, ja, es gab eine Aussage von Trump und das habe ich auch hier. Kannst du dir hier anschauen in voller Länge, wenn du willst. Und Trump hat im Prinzip die Hoffnung geweckt, dass dieser Shutdown der Wirtschaft schneller vorbei ist, als man es befürchtet hat. Und ich denke, das war kein Zufall, dass dann die Börsen auch wieder angesprungen sind. Hier haben wir es. Was er im Prinzip gesagt hat, also frei übersetzt, ist, dass die Nebenwirkungen der Eindämmung des Virus nicht schlimmer sein dürfen als das Virus selbst. Trump spielt es ein bisschen runter. Auch die gesundheitlichen Schäden spielt er ein bisschen runter. Ihm liegt halt viel an der Wirtschaft. Er will ja auch wiedergewählt werden. Und wörtlich hat er gesagt, we cannot let the cure be worse than the problem itself. Und hat dann eben Lockerungen, beziehungsweise ja Lockerungen des Shutdowns in Aussicht gestellt, sodass die Wirtschaft wieder früher anlaufen könnte. Das war am Abend nach Börsenschluss des Montags gewesen. Man sieht es dann auch nochmal hier. Also Eastern Time, also New York, Chicago, New York Zeit auf jeden Fall. Um halb sieben ist das gewesen. Die Presskonferenz hat angefangen. Da waren die Börsen, die US-Börsen sicherlich schon zu. Also das war quasi der Stand hier, man hat das gesagt. Und dann ging es ja erst mal nach oben. Ich denke, das war aus meiner Sicht wahrscheinlich schon relevant. Hätte er was komplett anderes gesagt, zum Beispiel, dass der Shutdown länger dauern kann, als wir uns alle befürchten, dass es nicht Wochen, sondern Monate sein kann, dann hätte der Kursverlauf möglicherweise anders ausgesehen. Dann geht es weiter. Ich habe hier noch andere Events. Und zwar wurde ja da verhandelt zwischen dem Senat und dem Repräsentantenhaus, also in der Gesetzgebung quasi, in der Vereinigten Staaten von Amerika, ein Hilfspaket, so wie auch in vielen anderen Nationen, Deutschland ja auch. Und da gab es so eine Hängepartie mit hin und her. Es gab also Unsicherheiten, ob dieser Stimulus für die Wirtschaft kommt oder nicht. Also ganz klar ist, dass er kommen musste, weil ansonsten die wirtschaftlichen schlechten Folgen, negativen Konsequenzen unabgefedert wären. Und der Markt hat dann, also es kam am Mittwochabend, auch nach Börsenschluss, am 25.03. Das heißt, hier ist das Ganze gekommen. Und der Markt ist trotzdem gestiegen, obwohl wir hier eine Hängepartie hatten. Und dann ist das Hilfspaket verabschiedet worden, 2 Billionen. Im Vergleich Finanzkrise, da gab es 800 Milliarden US-Dollar, also mehr als das Doppelte. Dann auch aufgeteilt in verschiedene Empfänger von öffentlichen Einrichtungen, über große Unternehmen, ein bisschen zu kleine Unternehmen. So ein bisschen ähnlich wie auch bei uns, in der Bundesrepublik. Und der Markt ist, also er ist trotzdem angestiegen, obwohl es eine Hängepartie gewesen ist, obwohl man nicht genau gewusst hat, wann es kommt. Aber das war am Markt ganz offensichtlich egal. Er ist trotzdem angestiegen. Das war also eingepreist schon. Kann man dann argumentieren, dass das Hilfspaket kommt. Wäre es nicht gekommen, hätte es zu einer Verzögerung geführt oder wäre es minimal ausgefallen, minimal Kompromiss, hätte es sein können, dass die Kurse fallen. Ist aber nicht so passiert. Es kam ein sehr großes Paket und die Aktienkurse sind vorher aber schon gestiegen. War also eingepreist. Was wir dann als nächstes hatten als Event, das war am 26. und zwar frühmorgens. Das heißt, wenn es da Freitag war, dann war der 26. Donnerstag. Die Aktienkurse sind dann ja gestiegen an diesem Donnerstag. Und da sind die Arbeitslosenanträge, die wöchentlichen Arbeitslosenanträge, dann veröffentlicht worden. Da gibt es eine ganz nette Grafik von Reuters. Also das ist die Veröffentlichung. So sieht es aus auf dieser Webseite. Und da gibt es im Prinzip alle Daten, auch schon grafisch angezeigt. Noch etwas hübscher hat das Ganze hier Reuters. Da haben Sie Reuters verhackstückt, um das mal so in die Dimensionen mal zu zeigen. Hier haben wir Anträge auf Arbeitslosigkeit, die wöchentlichen. Du siehst hier die Rezessionsphasen. Und das ist immer bei den Rezessionsphasen, wenn man ein bisschen ansteigt. Ein bisschen ist gut, also stark ansteigt. Aber es sieht hier nicht allzu dramatisch aus im Vergleich zu diesem Ausreißer hier mit 3,3 Millionen Anträgen. Und hier sieht man im Prinzip die ganze Dramatik des Ganzen und wie schnell das alles funktioniert. Also funktioniert, wie schnell hier die Wirtschaft runtergefahren wurde. Also dieses Wort Shutdown kommt nicht von irgendwo. Das trifft das Ganze ganz gut. Und das zeigt eben hier mit den 3,3 Millionen frisch zugeführten Arbeitslosen in den Markt die ganze Dramatik. Und es ist noch nicht mal die ganze Wahrheit. Ich habe noch einen Bericht gelesen, der plausibel darlegt, dass diese Zahlen zu niedrig sind. Denn diese 3,3 Millionen, ja gut, die werden wahrscheinlich mehr. Warum? Weil viele entweder nicht durchgekommen sind, wenn sie es online probiert haben, weil die diversen Server der Behörden, wo du dich anmeldest als arbeitslos, einfach überlastet gewesen sind, technisch gesehen. Und vorbeikommen in die Ämter wollte man auch nicht unbedingt sich in die lange Schlange stellen, weil man sich da ja anstecken könnte. Das heißt, viele Erstanträge sind einfach gar nicht durchgekommen. Oder sind vielleicht durchgekommen, wenn sie manuell gestellt worden sind, konnten aber nicht abgearbeitet werden, weil es einfach zu viele waren. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer hier nochmal, ähnlich wie bei den Corona-Infizierten, auch nochmal um einiges höher liegt, dass es vielleicht 4 Millionen sind oder so, oder noch höher. Aber das ist jetzt einfach mal hier reine Spekulation. Also das hier ist die Minimumzahl, die wir hier sehen. Sie ist definitiv höher, nur wie viel höher, wissen wir nicht. Das gilt natürlich in Maßen auch für die vorherigen Zahlen, aber nicht dann in den Ausmaßnahmen, da werden nicht diese Dunkelziffern lauern, wie sie hier lauern. Also der Abstand, der absolute Abstand wird hier eher noch größer sein als das, zu den vorherigen Zahlen. So können wir das auch interpretieren. Ja gut, aber was hat der Markt draus gemacht hier? Ja, also wir waren am 6.20., also hier ist der 25., hier ist der Markt rausgegangen. Er ist mal ganz kurz runtergegangen, ganz am Anfang. Da gab es wohl einen kleinen Schock, aber dann hat er sich auch relativ schnell überwunden hier und dann ging es wieder nach oben und er ist dann positiv ausgestiegen, als der Handelstag zu Ende war. Das heißt, mit anderen Worten, das war schon eingepreister. Im Nachhinein kann man immer sagen, es war schon eingepreist. Wenn die schlechte Nachricht dann auf steigende Kurse trifft, war es schon eingepreist. Gut, wie geht es weiter? Wir haben dann den letzten Tag gehabt hier und da gab es dann eine relativ leichte Konsolidierung, muss man schon fast sagen, wenn wir unter 5% Kursverluste haben, und das war schon fast leicht. Auf jeden Fall gab es einen leichten Rückschlag. Im Nestec, ich sehe jetzt gerade den Rassel, den habe ich vorher gar nicht analysiert. Also wenn ich das hier sehe, ist der dann sogar gestiegen. Oder eine Sidewärtsbewegung. Nennen wir es einfach mal eine Konsolidierung. Also eine Art Atemholen jetzt erstmal. Atemholen für die zweite Halbzeit. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Wie wird es jetzt weitergehen? Wenn wir jetzt nochmal hier angucken, ich habe es ja schon gesagt gehabt, hier den ahnungslosen Mr. Market, dann der schwarze Schwan, dann hier die erste Halbzeit hier, dann hier die Halbzeit Pause, und jetzt geht es eben weiter. Und ich denke, das hängt insbesondere jetzt davon ab, wie es auch in den USA weitergeht, weil die USA sind ja der Herzschrittmacher des Aktienmarkts. Und das hat vor allem damit zu tun, wie es weitergeht mit dem Ganzen hier. Also ihr kennt ja die Webseite der Johns Hopkins Universität, wo du dann nach Ländern gucken kannst, wie die Ausbreitung des Coronavirus hier voranschreitet. Und das sollten die USA sein. Ne, ich gehe nochmal hier hin. Jetzt sind es die USA. Und da kannst du es ja nochmal größer machen. Und momentan haben wir halt noch diese Exponentialfunktion. Das heißt, momentan schreitet die Ausbreitung des Virus noch ungebremst voran mit momentan über 100.000 gemeldeten Infizierungen in Summe und auch schon über 1.000 Todesopfern. Und solange das so bleibt, wird es nicht möglich sein, was Trump gerne hätte, den Shutdown schrittweise zurückzuführen oder sogar einzelne Gefahrenzonen quasi zu definieren. Und je nach Gefahrenzone kann man dann den Shutdown entsprechend runterfahren. Das sind ja alles Ideen, die aus der Trump-Administration kommen, die es aber schwer haben werden, sich durchzusetzen, solange wir hier so eine Steigerung der Anzahl der Corona-Infizierten haben werden. Ja, und dann kommt es halt darauf an, was Mr. Market jetzt erwartet. Ob er erwartet weiterhin, dass, wie wir hier gesehen haben, in der Halbzeitpause, dass sich wahrscheinlich, dass der Shutdown doch eher eine Frage ist, so interpretiert es jedenfalls, von Wochen, oder ob Mr. Market dann doch zur, zur Einsicht, hätte ich jetzt schon fast gesagt, oder seine Meinung ändert und sagt, oh, das ist doch eine Frage von Monaten. Und wenn es eine Frage von Monaten ist, dann ist es doch wahrscheinlich, dass Mr. Market nicht weiter hier für steigende Kurse sorgt, sondern dass er die Aktienkurse normal gegen Süden schickt und dann auch normal hier die Tiefstest oder sogar nochmal unterschreitet. Wenn du mal eins dir anschaust, so längerfristig, gehen wir mal hier auf die 10 Jahre, dann ist es ja jetzt kein wirklich, nicht so dramatisch, dieser Börsensturz. Ich weiß jetzt nicht, warum man den Chart hier so komisch anzeigt. Moment, gucken wir mal hier. Naja, ist egal, dann nehmen wir den hier, das passt auch. Gehen wir nochmal auf 10 Jahre. Auf 10 Jahre bitte. Eigentlich wollte ich jetzt die Finanzierung, die Finanzkrise sehen. Das sind keine 10 Jahre, definitiv nicht. Ich wollte die Finanzkrise zeigen. Also der Chart ist jetzt momentan auch nicht so super doller. Ich wollte dir zeigen, dass die Finanzkrise und die Dotcom Bubble, die haben den Aktienmarkt jeweils ungefähr gegen 50% plus minus gegen Süden geschickt und wir sind bei weitem noch nicht so weit im momentanen Börsenflash, Crash sozusagen. da sind wir jetzt noch deutlich drunter und naja, also mit dem Chart kann ich jetzt momentan leider nicht arbeiten. Deshalb muss das mir jetzt einfach mal glauben. Das heißt, da wäre schon historisch gesehen auch noch ein bisschen Luft nach unten, aber wir haben es dann jedes Mal wieder aufgerappelt und es wird diesmal auch nicht anders sein. Schließlich haben wir hier ja auch ein ganz klares Ablaufdatum von der Krise. insofern sie sich nicht in eine wirtschaftliche Krise verselbstständigen sollte, aber das hoffe ich mal nicht und davon gehe ich jetzt momentan auch nicht aus. Okay, gut und eins ist auch klar, am volatilsten werden halt weiterhin die Zykliker sein, diese Turnaround Stocks, wie ich sie genannt habe. Ich habe ja schon eine komplette Playlist erstellt zum Börsencrash. Kannst du dir mal anschauen und das kannst du auch ein bisschen vielleicht besser einschätzen zu können, auch was du draus machst, falls du eben irgendwie dich berührt fühlen solltest von dem aktuellen Börsencrash. Wie gesagt, im Prinzip kann es dir scheißegal sein, wenn du auf 10 Jahre beispielsweise oder länger investierst. Lass einfach deine Sparpläne weiterlaufen oder lass dein Depot einfach Depot sein. Aber dann naturgemäß viele von uns sich für die aktuellen Ereignisse interessieren und sich viele sowieso langweilen, weil sie zu Hause sind. Denke ich, so ein Video mal gar nicht schlecht. Okay, deine Meinung kannst du ja gerne als Kommentar unten reinposten. Vielleicht hast du auch noch ein paar Events, die ich übersehen habe oder hast du eine eigene Meinung. Keiner von uns ist ein Orakel. Und gut, dann wünsche ich dir erst mal, bleib gesund, also bleib im Haus und bleib gesund und dann hoffe ich mal doch, dass wir bald wieder nach draußen gehen können und konsumieren, damit das Ganze hier weiterläuft und auch die Aktienkurse dann wieder dauerhaft steigen. Gut, das war's gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.